Harter Fall und steiler Aufstieg. Ich glaube, wenn wir uns die Auskunftspersonen des heutigen Tages anschauen, bezeichnen genau diese Begriffe sehr, sehr gut ihren Lebenslauf oder ihre Dinge, die sie so sozusagen vorangetrieben haben in den vergangenen Jahren. Fangen wir an beim harten Fall. Wir dürfen heute den ehemaligen Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner als Auskunftsperson begrüßen. Und wenn, wenn nicht er ist ein richtiger Zeitzeuge für das Vorhaben des türkisblauen Systems. Ein Zeitzeuge, der bezeugen kann, welche Vorarbeiten schon sehr, sehr früh getätigt worden sind um dieses System. Ein System, das vor allem für Spenderinnen und Spender, für Gönnerinnen und Gönner und wohlhabende Freunde da ist, installiert worden ist. Ein System, das im Übrigen von Anfang an vorhatte, sich auch in die Abhängigkeit eben von großzügigen Spenderinnen und Spender zu begeben. Und uns interessiert, Stichwort Spende, selbstverständlich wieder die Parteispenden. Und die gab es auch schon in der alten ÖVP, keine Frage. Und damit auch unter der Führung von Reinhold Mitterlehner. Aber was hat sich seither geändert? Das wollen wir ihn fragen. Hat sich der Einfluss zum Beispiel von Großspenderinnen und Spendern und wohlhabenden Freunden auf die Gesetzgebung verstärkt? Oder war das eben immer schon so? Und manche von Ihnen kennen mich mittlerweile schon sehr, sehr gut. Wenn Reinhold Mitterlehner da ist als Auskunftsperson, werde ich ihn selbstverständlich auch mit fragwürdigen Immobiliendeals konfrontieren. Warum? Es geht um die Austrian Real Estate, die ARE, eine 100-Prozent-Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft. Die ist unter seiner Führung im Wirtschaftsministerium gegründet worden. Und unter Türkis-Blau veränderte die ARE, die Austrian Real Estate, aber schlagartig auch ihre Unternehmensstrategie. Reinhold Mitterlehner hat öffentliche Pressekonferenzen gegeben und hat gesagt, Ziel Nummer eins der Austrian Real Estate ist leistbares Wohnen. Dann tatsächlicherweise sehen wir aber an den Wohnprojekten unter Türkis-Blau, dass Luxuswohnungen gebaut worden sind. Da sprechen wir auch von Wohnungen, die 15.000 Euro und aufwärts den Quadratmeter kosten. Und da interessiert uns selbstverständlich, was weiß Reinhold Mitterlehner darüber. Der zweite Begriff, den ich anfangs erwähnt habe, ist der steile Aufstieg. Und zwar der steile Aufstieg im türkis-blauen System. Unsere zweite Auskunftsperson, Antonia May-Pochtler. Ich glaube, das ist schon eine Persönlichkeit, die Eindruck hinterlässt und ist auch eine ausgezeichnete Netzwerkerin. Sie wissen es, sie hat eine eigens installierte Stabstelle Think Austria im Bundeskanzleramt geleitet. Und ich glaube, dass dieser Fall ganz genau zeigt, wie Türkis-Blau klassisches Lobbying gleich institutionalisiert hat zugunsten von Dritten auf Regierungsebene. Und wenn wir es zeitlich schaffen, dann darf ich Ihnen auch sehr empfehlen, die dritte Auskunftsperson anzuhören. Hierbei geht es um einen ehemaligen Kabinettsmitarbeiter im Finanzministerium. Er war nicht nur Kabinettsmitarbeiter, er war auch Geschäftsführer der ABAG, außerdem übrigens Brokkurist in der ÖBAG und Stellvertreter von Thomas Schmid. Und wie bei seinem ehemaligen Chef ist auch sein E-Mail-Postfach unwiderruflich gelöscht worden. Er war in mehreren Deals involviert laut Aktenlage, unter anderem eben auch, dass das Rücktrittsrecht bei Lebensversicherungen sozusagen, ja, um nicht gekillt zu sagen, ausgemerzt worden ist. Und dieses Rücktrittsrecht hat Türkis-Blau den Konsumentinnen und Konsumenten genommen. So, Sie sehen, wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Tag. Und falls Sie noch Fragen haben, würde ich Sie gerne beantworten. Ja, für mich ist jede Hausdurchsuchung ein Alarmsignal, weil, das haben wir mittlerweile in den letzten Wochen gelernt, Hausdurchsuchungen werden nicht von einzelnen Personen oder Ermittlern angestoßen, sondern sind selbstverständlich richterlich genehmigt. Und sie werden nur richterlich genehmigt, wenn es auch grundsätzlich eine Verdachtslage gibt. Der Oberstaatsanwalt ist auch in der Vergangenheit durchaus, würde ich mal sagen, negativ aufgefallen, vor allem in den Akten des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Und genau, und damit, muss ich sagen, wundert es mich nicht. Einen ganz spannenden Tag. Es beginnt mit dem ehemaligen ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, der in seinem Buch beschrieben hat, wie die ÖVP, wie Kurz in den Jahren 16, 17, diese Sponsoren-Rallys und Spenden-Rallys organisiert hat. Das, was wir aus dem Projekt Ballhausplatz wissen, ist, dass offenbar dem Kurz der Einfluss der Länder, der ÖVP-Länder und der Bünde zu groß war auf die Listenerstellung, auf die Inhalte. Und diesen Einfluss hat er getauscht gegen den Einfluss von Großspendern. Die zweite Auskunftsperson ist die Frau May Pochtler. Die hat organisiert diese Think Austria, diese Stabstelle im Bundeskanzleramt. Wir haben hier massiv den Eindruck, dass man durch eine große Spende eine Art Mitgliedschaft erwerben konnte, mit regelmäßigen Meet & Greets mit Bundeskanzler. Kurz dann und auch dort deponieren konnte, genau welche inhaltlichen Wünsche man hat, dass vielleicht das Stiftungssteuerrecht ein bisschen geändert wird oder andere Interessen von Großspendern konnten über diese Stabstelle deponiert werden. Die dritte Auskunftsperson heute ist der Herr Perner. Der Herr Perner war im Kabinett von Löger zuständig für Finanzamtfragen und er hat dieses berühmte Mail bekommen, dass der Herr Dreichel, der erste Bankchef, gerade an Kurz und Blümel heranträgt, ein Wunschpapier zur FMA-Reform und hat das aus dem Bundeskanzleramt, aus dem Büro, von einem Mitarbeiter von Blümel gemailt bekommen. Und wir wissen, bei der Finanzmarktaufsichtsreform gab es zwei Knotenpunkte. Das eine war im Bundeskanzleramt der Mitarbeiter Waro mit Blümel und mit Kurz, die am Schluss immer die Entscheidungen getroffen haben. Und der zweite Knotenpunkt war der Herr Perner im Finanzministerium, der hier im Finanzministerium organisiert hat, dass diese Wünsche der Erste Bank und dann auch der Raiffeisenbank erfüllt werden. Was natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist, dass die Kontrollierten, die Beaufsichtigten sich die Aufsicht und die Struktur der Aufsicht und die Instrumente der Aufsicht aussuchen können. Das ist ganz gut dokumentiert und deswegen ist der Herr Perner hier. Das sind unsere Vorschau für heute. Das, was man schon sagen kann, auch ist, dass in den Jahren 16, 17 und 18 die großen Sponsoren-Rallys stattgefunden haben von der ÖVP, von Kurz und dass dann dafür in den Jahren 19, 20 und 21 die Hausdurchsuchungen stattgefunden haben bei Exponenten der ÖVP und bei hochrangigen ÖVP-Vertretern. Und diese zwei Sachen hängen unserer Meinung nach zusammen. Vielen Dank. Was sagen Sie denn zu den Neuigkeiten der Deutschlandseite in der Oberstaatsanwalt? Das war, ehrlich gesagt, zu erwarten. Nachdem er hier im Untersuchungsausschuss letzte Woche am Mittwoch gesagt hat, dass er sich auch, als der Herr Pilnercheck nicht mehr zuständig war, ausgetauscht hat mit ihm über Einzelfälle und ganz konkret auch auf die Frage, ob er Akten oder Aktenteile Blümel betreffend an ihn weitergeleitet hat, wollte er das nicht ausschließen. Im Gegenteil, er hat sogar gesagt, er hat ganz sicher mit ihm darüber gesprochen und er kann nicht ausschließen, dass er ihm Aktenteile übermittelt hat. Das ist natürlich, das geht nicht. Das ist eine Verschlusssache. Man darf nicht einfach Akten fotografieren, einscannen und an fremde Personen schicken, die nicht in diesem Aktenlauf vorkommen oder in der Weisungskette sind. Er hat selber mehr oder weniger beim Untersuchungsausschuss gesagt, dass er das getan hat. Insofern hat mich das nicht rasend gewundert, dass man genau auf seinem Handy nachsehen will, was hat er denn fotografiert, was hat er eingescannt und welche Akten und Aktenteile hat er an wen übermittelt und an welche Personengruppe er diese Akten übermittelt hat. Es gibt ja in diesem ganzen Prozess den dringenden Verdacht, sowohl von der Polizei als auch von der Staatsanwaltschaft, dass zum Beispiel Hausdurchsuchungen regelmäßig verraten wurden. Da gibt es ganz viele Indizien. Ich weiß nicht, wer sie verraten hat, aber ich habe schon den Eindruck, dass der Herr Fuchs hier einer der Verdächtigen sein könnte, der zumindest in dieser Informationsweitergabe beteiligt war. Der Vorwurf ist, er hätte an den Akten weitergegeben, am Pilnercheck, an Lümmel, an Mosen? Jedenfalls am Pilnercheck sagt er selber und wie es vom Pilnercheck dann weitergegangen ist oder ob es hier andere Wege gab, kann ich nicht sagen. Aber er hat hier sehr freimütig eingestanden, dass er nicht ausschließen kann, dass er Akten und Aktenteile, die für Schlusssache sind, weitergegeben hat an Personen, die keinen Zugriff auf diese Akten haben dürften. Es gibt eine Reihe von Berichten, dass der Herr Neumann offenbar bereits wusste, dass der Herr Graf wusste, dass eine Hausdurchsuchung bevorsteht. Und es gibt den Verdacht, dass auch viele andere bei den Hausdurchsuchungen, auch bei hochrangigen ÖVP-Vertretern, dass die bereits vorab wussten, dass es hier Ermittlungen gibt, dass sie beschuldigt sind und dass Hausdurchsuchungen bevorstehen. Das sieht man daran, indem man sieht, zu welchem Zeitpunkt begonnen wurde, Chats zu löschen, Handys in die Werkeinstellungen zurückzusetzen und dergleichen. Und ich kann nicht sagen, was die undichte Stelle ist, aber wenn der Oberstaatsanwalt selber sagt, er hat das an nicht zuständige Personen weitergeleitet, dann ist es für mich nicht überraschend, dass die Staatsanwaltschaft sagt und das Justizministerium sagt, das müssen wir uns anschauen, weil das geht natürlich nicht, dass Akten und Aktenteile von Verschlusssachen an irgendjemanden verschickt werden, der hier keinen Beitrag leistet. Das, glaube ich, hängt stark davon ab, was man auf dem Handy findet. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war das ja bei Pilnercheck der Fall, dass man hier beim Handy eben gesehen hat, dass er gewisse Nachrichten weitergeleitet hat und deswegen hat man ihn dann gleich suspendiert. Ich habe keine Ahnung, wie das beim Herrn Fuchs sein wird, aber ich würde davon ausgehen, wenn das, was er selber sagt, was er nicht ausschließen kann, tatsächlich passiert ist, würde es mich nicht wundern, wenn er suspendiert werden würde. Aber ich will jetzt gar nicht in diesem Chor. Wir haben schon selber gesagt, aufgrund seiner Falschaussagen vor dem Untersuchungsausschuss gehört er eigentlich suspendiert. In der Zwischenzeit verlangt jeder schon die Suspendierung von irgendwelchen hochrangigen Beamten. Ich bin der Meinung, man sollte jetzt die jeweiligen Minister ihre Arbeit machen lassen. Die können das, glaube ich, auch ganz gut einschätzen. Vielen Dank. Ja, bei all den Missständen, die wir im Untersuchungsausschuss aufdecken und denen wir nachgehen und die ohne Konsequenzen bleiben noch, ist es wohltuend zu sehen, dass es doch nicht alles schafft, verdeckt zu bleiben und nicht alles durchgeht in diesem Land. Durchgeht, dass eine kleine Gruppe um den damaligen Außenminister Sebastian Kurz den Plan umsetzen möchte, nicht nur in der ÖVP die Macht zu übernehmen, sondern auch in der Republik. Und damit komme ich zu dem Versuch, auf die Justiz, insbesondere die Strafjustiz, hier Einfluss zu nehmen, wo ich denke, dass die ÖVP in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich war. Ich spreche vom türkisen System Pilnercheck. Die Aussagen von Oberstaatsanwalt Fuchs im Untersuchungsausschuss letzte Woche waren insofern verstörend, weil er ohne jedes Unrechtsbewusstsein recht klar dargelegt hat, wie dieses türkise System Pilnercheck funktioniert, wie die ÖVP die unabhängige Justiz seit vielen Jahren zu behindern versucht hat, wo es nur geht. Und die ÖVP profitierte bei Strafverfahren dadurch, weil die Irigen, wenn sie in den Fokus gerieten, von diesem System zu oft verschont blieben. Pilnerchecks wichtigster Verbündete in all dem, was für die ÖVP und gegen die WKStA geht, war und ist Oberstaatsanwalt Fuchs bis hin zum Ibiza-Verfahren, dem wir uns in diesem Untersuchungsausschuss widmen. Gut ist nun für uns natürlich und ich glaube für den Rechtsstaat, der uns hier so am Herzen liegt, dass die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck und das Justizministerium dessen offenbartes Amtsverständnis genauso problematisch sehen, wie wir letzte Woche hier und hier genauso Aufklärungsbedarf identifiziert haben. Dadurch besteht hier jetzt wirklich einmal konkret die Hoffnung, dass die Strafjustiz endlich von diesen türkisen Fesseln befreit wird, was uns gleichzeitig aber befürchten lässt, dass auch die Angriffe vom Kanzler Kurz und den Seinen jetzt noch einmal verschärft werden. Was wir natürlich fordern ist, dass Oberstaatsanwalt Fuchs, dessen Handy gestern sichergestellt wurde, gegen den also effizient das, das Strafverfahren geführt wird, suspendiert wird. Das ist der ganz logische Schritt, den wir eigentlich schon gestern erwartet hätten. Es ist auch nötig, dass er hier permanent ganz klar von der Fachaufsicht über das Ibiza-Verfahren entzogen wird, aber insgesamt, dass die Oberstaatsanwaltschaft Wien die Zuständigkeit über dieses Ibiza-Verfahren verliert und es an eine andere Oberstaatsanwaltschaft übergeben wird. Weil natürlich in dem ganzen letzten Jahr hier nicht nur Oberstaatsanwalt Fuchs alleine alles umgesetzt hat, sondern durch seine Weisungen, durch seine hierarchisch an ihn untergebenen Mitarbeiter natürlich hier mehrere seine Ideen umgesetzt haben, wie man dieses Verfahren effizient torpedieren kann und demnach hier eine systemische Änderung nötig ist. Weiters ist ja Oberstaatsanwalt Fuchs noch immer für die Aktenlieferungen im Untersuchungsausschuss zuständig und wir erinnern daran, dass er es war, der hier genau die Unterlagen uns vorenthalten wollte, die für die ÖVP unangenehm sind. Das Schredder-Verfahren wollte er nicht vorlegen lassen, genauso wie die Verfahren zu Falschaussagen von Bettina Glatz-Kremsner und Melanie Laure, der Assistentin von Thomas Schmid. Dementsprechend gilt es, dass auch hier von dieser Rolle der Verantwortung der Lieferung an der Akten an den Untersuchungsausschuss abgezogen wird und dass man auch jetzt prüft, ob uns nicht noch anderes zu Unrecht vorenthalten wurde, was wir zufälligerweise einfach nicht erfahren konnten, weil es nicht aktenkundig wurde. Das braucht es unserer Meinung nach jetzt, um im Ibiza-Verfahren wirklich endlich gewiss zu sein, dass die WKStA effizient und ergebnisoffen ermitteln kann. Heute geht es aber wiederum sehr um das System Sebastian Kurz und Design und die Frage, wie sie die Machtübernahme in Österreich umsetzen wollten, nicht nur in der ÖVP. Und das zeigt sich unserer Meinung nach am besten am Projekt Ballhausplatz und an den Auskunftspersonen heute, wo wir der Frage nachgehen, wie diese Machtübernahme auch geplant wurde, natürlich durch die Unterstützung von Spenden und ob diesen Spendern im Gegenzug Unterstützung versprochen wurde oder diese zumindest erwartet wurde und es zur Umsetzung nur nicht kam. Mitterlehner könnte uns hier Auskunft geben, wie er wahrgenommen hat, dass das Projekt Ballhausplatz umgesetzt wird und auch, wie man mit Gegnern umgeht. Es gibt schließlich in diesem Projekt Ballhausplatzpapier auch die Passage Gegner identifizieren. Wir kennen nun mal jetzt den Gegner von Seiten der Justiz, nämlich engagierte Ermittler, die gehen mussten, weil sie zermürbt wurden. Die Frage ist, wer waren die Gegner hier in den anderen Bereichen in der Republik, in der Politik oder Unterstützer von der Gegenseite oder andere. Mai Pochtler ist auch dazu zu befragen, welche Ziele das Projekt Ballhausplatz verfolgt hat und was sie hier wahrgenommen hat und ebenso bei Perna geht es dann um die Umsetzung in der ÖBAG, nämlich welche Wahrnehmungen er hat und welche Rolle er hatte, dass es zu dem Ergebnis kam, dass der Intimus von Sebastian Kurz und Gernot Blümel hier zum Alleinvorstand der ÖBAG wurde. Ja, in den Urschluss zu Susanne Fürst. Der Kanzler Reinhold Mitterlehner, ich würde ihn bezeichnen so als erstes Opfer des Projektes Ballhausplatz von Sebastian Kurz. Er wird uns dazu einiges erzählen, vermute ich, wie es zu diesem Machtwechsel kam. Und relevant für den Urschluss sind dann natürlich auch die Frage der Spenden, die hier geflossen sind. Er hat das ja in seinem Buch benannt, die Spendenrallye. Was er damit genau gemeint hat, das werden wir ihm befragen. Als zweite Auskunftsperson kommt Frau Antonella May-Pochtler. Ich glaube, sie ist uns alle in Erinnerung, auch als große Anhängerin der Digitalisierung und als Schöpferin des Wortes Diktokratie. Da hat sie ja einen Artikel darüber geschrieben. Bundeskanzler Kurz hat sie ja auch im Vorfeld schon zur Leiterin des Think Tank Austria gemacht, hält große Stücke auf sie. Sie hat ihm die Türe geöffnet, offensichtlich auch in die internationale Wirtschaftswelt und kann uns eventuell Einblicke geben hier auch, sowohl was Projekt Ballhausplatz betrifft oder eben auch das Aufstellen von Spenden und eventuell, ob dafür auch Gegenleistungen erwartet wurden. Und als drittes kommt ein ÖVP-Kabinettsmitarbeiter, der uns eventuell auch etwas genau zu diesen Themen sagen kann. Das wäre es soweit. Danke. Was sagen Sie jetzt zur Beschlagnahmung des Lebens vom Obertausschuss? Ich würde sagen, da lassen wir jetzt einmal die Justiz ermitteln. Nach den Aussagen und das, was so im Urschuss hier zutage gekommen ist, mag das jetzt ein erforderlicher Schritt gewesen sein aus der Sicht der Staatsanwaltschaft. Ich möchte hier nicht vorgreifen und nicht vorverurteilen, muss jetzt ermittelt werden. Und die Justiz wird ihre Gründe gehabt haben, dass sie das macht und zu diesem Schritt greift. Danke. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich darf gleich anknüpfen an letzte Woche. SPÖ und NEOS haben immer mehr den Untersuchungsgegenstand überzogen. Und der Gipfel dieses Überziehens lag letzte Woche darin, dass beide die Gesundheitsdaten von 3.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nun für den Untersuchungsausschuss verlangen. Ganz konkret 3.000 Namen und dazugehörige 3.000 Geburtsdaten und dazugehörige 3.000 Wohnanschriften. Meine Damen und Herren, das ist eindeutig gesetzeswidrig. Das widerspricht dem Datenschutz. Wo bleiben da die alten Parteien wie die SPÖ, die den Arbeitnehmerschutz sich auf die große Fahne geschrieben haben? Wo bleiben die NEOS, denen Datenschutz so wichtig war? Ich fordere daher die beiden Parteiobleute, Randy Wagner und Meindl Reisinger, auf diese ausgebrochenen Abgeordneten wieder einzufangen und ihren Antrag auf diese persönlichen Daten von 3.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückzuziehen. Zum heutigen Tag. Die Ladung von Dr. Reinhold Mitterlehner ist eine Revancheladung zu Christian Kern. Die Frage wird sein, ob Mitterlehner genauso wie Christian Kern vom Ibiza-Video schon 2018 informiert wurde und welche Wahrnehmungen er dazu hat. Nun noch ein Satz zu den Handyabnahmen. Wir haben jetzt Minister, Verfassungsrichter, Sektionsleiter und seit gestern auch einen leitenden Oberstaatsanwalt, dem das Handy abgenommen wurde. Ich kann hier nur die Justiz ersuchen, dass sie wirklich mit dem richtigen Augenmaß vorgeht. Es hilft dabei nicht, wenn die Opposition die Suspendierung von Organen der Justiz fordert. Das stärkt nicht das Vertrauen in die Justiz. Es ist wichtig, dass die Menschen Vertrauen in die Justiz haben können und dass sie von der Unvereingenommenheit der Justiz auch überzeugt sind. Daher fordere ich auch die Opposition auf, mit diesem gefährlichen Spiel, Suspendierungen in der Justiz, Neuaufnahmen von Verfahren endlich aufzuhören. Das ist eine Entwicklung, die uns allen ein Alarmsignal sein sollte. Bitte um Ihre Fragen. Ich habe eine Frage. Sie sagen, Sie fordern die Opposition auch mit dem gefährlichen Spiel der Suspendierungen auch daran, suspendiert werden wir nicht von den Vorgesetzten? Mit dem gefährlichen Spiel der Aufforderung auf Suspendierungen innerhalb der Justiz. Was hat denn aus Ihrer Sicht der Oberstaatsanwalt Fuchs ausgesagt betreffend Leitergabe von Akten an Personen, die vielleicht nicht den Zutritt auf diese Akten haben sollten? Also ich habe mir das Protokoll noch einmal durchgelesen und ich habe nicht erkennen können, dass er gesagt hätte, er hätte Aktenteile an Personen weitergegeben, die nicht dazu befugt sind, sondern im Gegenteil, er hat immer darauf beharrt, dass er nur Aktenteile an die Personen weitergegeben hat, zu denen er aufgerufen war oder die gesetzmäßig einen Zugang hatten dazu. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er doch auch gesagt, dass er Aktenteile zum Beispiel mit Herrn Pinderscheck teilt und sich mit dem auszutauschen, auch als er nicht mehr die Fachaufsicht hatte. Inwiefern ist man aus Ihrer Sicht der Pinderscheck da zum Beispiel noch befugt Aktenteile aus dem Fall von Hügel, das hat er ja auch gesagt, dass er da nicht mehr weiß, ob er Aktenteile geteilt hat, inwiefern wäre der Pinderscheck da noch befugt, diese Akten zu sehen, noch dazu, wo es ja auch ein Schutzakt ist? Für mich war es ja spannend, dass der Verfahrensrichter bestätigt hat, dass es innerhalb der Justiz ein System gibt, wo man im Justizpalast über konkrete Aktenfälle spricht, weil man wenig Möglichkeiten hat, sich mit jemandem über die Rechtslage einzelner Sachverhalte auszutauschen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass hier das von manchen nicht so positiv gesehen wird und daher hier der Versuch gemacht wird, dem gegenzusteuern. Weitere Wahrnehmungen habe ich dazu nicht. Ich habe noch eine kurze Nachfrage. Die ÖVP und auch Sie, wenn man die WKS-Teate angeht, jetzt kritisieren Sie jetzt auch die, also zertifiziert, kritisieren Sie jetzt auch die Stadt- und Wirtschaft-Unsbruck, die ja mit der Abnahme des Händes? Ich kann nur daran appellieren, dass man die Justiz in Ruhe arbeiten lässt und dass sie ihren gesetzmäßigen Aufträgen nachkommt und nicht nach dem Schrei der Opposition. klargestellt hat, dass die Daten in dieser Form nicht an uns zu liefern sind und wir sind über diese Erklärung froh, weil damit auch die rechtlichen Überlegungen ein Ende haben, ob wir in Verlangen zurückziehen können oder welchen Voraussetzungen etc. Herr Kollege Gerst hat noch seine E-Mails noch nicht heute früh gelesen. Ich wollte Ihnen diesen aktuellen Stand noch sagen. Nein. Danke.